Ich bin hier, weil Ecomi oder auch gerade Kundenbewertung für uns eine sehr wichtige Sache sind. Wir wollen uns den Kunden zufriedenstellen. Aus Kundenbewertung können wir lernen und das ist für uns eine tolle. Super Stimmung, also sehr locker gehalten. Die Location ist natürlich echt cool, muss man sagen. Mit dem Außenbereich, wirklich schön gemacht. Das ist natürlich immer super, da auch die Kontakte zu knüpfen.